Erst glaubt man es nicht und dann wird es plötzlich immer besser. Es gab so eine kurze Phase, während es Release-Zeitraum ist von The Forever Winter. Da war ich so ein bisschen enttäuscht vom Spiel, aber das war noch bevor ich selber gespielt hatte. Und zwar war das, nachdem das erste Gameplay-Material rausgekommen ist und ich für mich den Begriff Goofcopter etabliert hatte, die Fallhöhe von den ursprünglichen Trailern zu diesem Gameplay-Material hat mich natürlich an Spiele denken lassen wie The Day Before, aber da hatte ich ja noch keine Ahnung. Glücklicherweise hat sich ja alles zum Besseren gewendet. Wir wissen mittlerweile, dass Fandog Studios ganz hervorragende Trailer machen kann und obendrauf auch noch ganz hervorragende, oh Gott, Spiele produzieren kann. Und dabei sind wir hier gerade mal nur im Urschleim unterwegs von dieser Early-Access-Phase und auch generell von der großen Reise rund um The Forever Winter. Und in diesem Sinne verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer und willkommen zurück zu unserem liebsten Extraction-Shooter of all time. Ich bin gerade auf der Jagd nach Exo-Piloten. Da vorne ist ein Exo, der muss nur zerstört werden und wir, wir brauchen einen großen Slot im Rucksack und mit ein bisschen Glück kann man dann den Exo-Piloten farmen. Die Piloten und vielleicht finden wir auch noch ein paar Korps-Tanks hier und deren Control-Panels. Gut, aber jetzt müssen wir hier erstmal heil rauskommen. Da ist ein ganzer riesiger Trupp. Es sind Standardsoldaten. Und ja, ihr habt richtig gesehen, unten rechts, das ist eine neue Waffe. Das ist die von euch empfohlene Vector mit 45er Magazin und integrierten Schalldämpfer. Die war nicht billig, aber jetzt haben wir sie. Wie ebenso auch die automatische Schrotflinte, aber für das genauso von euch empfohlene Trommelmagazin dafür, müssen wir die automatische Schrotflinte erstmal leveln. Aber die SVD hat bei mir Vorrang, auch obwohl wir den Schamanen spielen, der spezialisiert auf MPs und Schrotflinten ist. Aber wir haben ja zumindest wieder eine MP. Oh Mann, ich will hier weg. Ich will einfach nur noch weg. Hätten sie nicht den Exo angreifen können, aber nein. Ihr seid alle von der gleichen Fraktion Frechheit. Bodenlos. Wir müssen eine Ausweisroute laufen, ansonsten kommen wir hier nicht weg. Schande. Weg, 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 weg. Weg. Ich bin hier eigentlich nur auf Tour, hier kommen bestimmt gleich Minen. Gott verdammte Minen. Und wir selber können diesen Exo da drüben leider nicht eliminieren. Verdammt noch. Oh, sie kommen... Ja, genau. Als ob die uns hier sehen würden. Renne. Oh, oh. Herr Meck, Wären sie so freundlich. Das soll hier die beste Karte sein für diese Mission. Dronis. Naja, ich würde zumindest ein paar Teile mitnehmen. Aber die Drohnen möchte ich eigentlich gar nicht angreifen. Die sind schon auf offenem Feld. Gefahr genug. Wollt ihr nicht kämpfen? Ich glaube nicht. Europan und Eurasisch. Ah, die würden angreifen. Aber der Exo muss herkommen. Wir müssen sie in einen Kampf verwickeln. Europan. Der Ball hat uns doch gleich weg. Hey, du Ratte, du. Hat er gar nicht mitbekommen. Flummi, du. Oh, 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 oh. Renne, 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 renne. Schande. Mutig, schrägstrich, doof. Aber habt ihr was anderes erwartet? Jetzt kommt er, ne? Oh, 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 oh. Oder ist er jetzt tot? Lucky Shot. Ich würde auch eine extra Runde drehen. Hm. Ist das ein Korbstank? Was ist das für ein Tank? Würde der gegen den Exo antreten? Das wäre schon sehr hilfreich. Nur noch ein großes Medi-Kit. Schande, man. Schande. Ich will mein Kram nicht verlieren. Aber das gilt ja eigentlich immer hier. Bei diesem Spiel. Ich kann ihn nicht. Ne, geht nicht. Ist kaputt. ein Schuss und wir sind down. Jetzt. Nothing. Nothing. Verdammt und zugenäht. Der Exo ist auch weg. Ja. Aber das ist eigentlich unser Plan. Ansonsten setzen wir neu an und kommen wieder. Hallo. Warte mal. Hier mit, oder? Cooler. SVD. Na? Uh, wen haben wir denn da? Kriegen wir dich? Plack. SVD, Mann. Hm. Na ja. Bevor ich nichts mitnehme. Wollen wir mal nicht so sein. Drohnie. Kommt da wer? Noch nicht. Plack, plack, plack. Dankeschön. Ula. Gucken. Immer schön gucken. Dinge legen. Da rollte sie vor sich hin. Und den Typen würde ich ganz gern auch platt machen. Vielleicht wären wir unterwegs noch. Einen Exo. Hier ist auch so ein schönes Tor. Mit dem Zahlenspiel. Ja, ne mit. Ist okay. Wir haben den Platz mittlerweile. Nicht die Moni. Dafür nicht. Oh, 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 oh. Hi. Ratte, du. Also ihr alle seid alles irgendwie Ratten. Gut. Drei. Ich hab nur diese normalen. Die fetten Medikids mit. Ich brauch mehr. Die 45er als in sich. Das gibt's ja nicht. Danke für den Hinweis. Habt ihr das gesehen? Ich hab noch nie so viele Gegner hier auf einen Schlag eliminiert. Na. Alle tot. Ich sollte mir den Loot nicht entgehen lassen. Drücke viel zum Heilen. Noch nicht. Komm schon, Mann. Das ist mein Loot. Spritze. Die kann ich gut gebrauchen. Organe. Sonst nicht. Aber zur Feier des Tages. Zur Feier des Massenmords. Da kommt irgendwas Großes. Ich höre es doch. Riegel. Und MRE-Tasche. Na gut. Obwohl ich gerade Low Carb mache. Nee, eigentlich Keto, aber Keto ist ja irgendwie Low Carb. Oh, wow, 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 wow. Hallo, hallo, hallo. Da. Exo. Willst du dich nicht mit irgendwen hier anlegen? Keule. Wir würden uns alle sehr freuen. Wir brauchen dich. Liegen wir nicht down. No way. Dafür haben wir jetzt doch nicht die Waffen. Könnten wir. Das panzerbrechende Gewehr benutzen. Aber es geht nicht. Unser Verträgter ist nicht. Dann. Naja, dann würden wir es tun. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Wir hatten da niemals schon alles abgelootet. Nein. Jemand anderes. Hier. Ja. Nur den guten Loot, bitte. Keine Riegel. Nein. Hier noch das, ne? Nein, das da. Ich gehe auch dran vorbei. Ach. LMA, Mann. LMA. Vier. Und dann die Nuggets. Soße süß-sauer, bitte. Oder French-Dressing. Hm. Ja. In der Zukunft schmeckt alles besser. Der große Soßenkrieg. Sie gingen uns aus. Wir hatten keine Wahl. Wir mussten sie überfallen. Gucken. Och, die Kamera. So ein schöner Luxus-Gegenstand. Aber ohne weiteres wird der Exo hier nichts machen. Nuggets. Und dann Riegel. Einer. Ist das nur einer? Ein einsamer. Hier ist der getimte Mission. Die bringt doch auch Extingents. PXP. Okay. Richtig. Ich glaube, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Na, wird's ein bisschen runterkommen. Oh, Backe. Oh, Backe. Also in die Mitte können wir gerade nicht rein. Die Drohnen mag ich nicht. Die können sehr tödlich sein. Eine weitere Drohne. Steht da eine. Ah! Hm. Ja, genau. Bringen sie um. Ich schließe mich dem Kampf an. Oh, oh. Yes! Und jetzt bist du dran, ne? Doch nicht. Nicht ohne Visier. Gucken, gucken, gucken. Damit das hier zumindest eine Loot-Tour werden kann. Äh, vier. Und jetzt nur noch das dicke Medikit. Ula! Zahl legt man. Aus dem Hinterhalt. Die hinterlistige Hyäne. Na, 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 na. Okay, noch 18 Schuss. Das muss erstmal ausreichen. Gucken, gucken, gucken. Können wir da was mitnehmen? Yes! Guten Loot. Kommt hier rüber. Hast du ein Problem mit uns? Du Flummi, du. Brander. Bitte nicht sterben. Das wäre total uncool. Was bist du? Was bist du? Große Schließfahre. Wir haben noch einen großen... Oh Gott. Großen Slot. Da kommen Soldaten. Einen großen Slot. Wie viele? Zu viele. Na ja. Nicht wirklich eigentlich. Meg. Hm-mm. Okay, wir müssen kurz abdackeln. Wohin wollt ihr? Schande. Bleibt ja auch in der Hocke, wenn ich jetzt scanne hier. Genau. Zieht von Dannen. Genau. Die sind da hinten. Die haben die ganzen Soßen geklaut. Oh-oh. Oh-oh. Zu viele. Keine Deckung. Ungünstig. Drei Stück. Wie wir die mal gesucht haben. Was passiert hier eigentlich? Hä? Was? Das ist eine Extraction Zone? Da kommt Terminator. Was zur Hölle? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Weg. Ich brauche diese Zone nicht. Ich gehe zum Rohr. Pipe is live. Macht's gut, ihr Trottel. Schande. Schande. Vier. Ein Finger auf vier. Ein Finger auf vier. Sie kommen. Sie sind hinter uns. Er kann krabbeln. Na, na, na. Flip 6 Dreierloch. Schande. Ich kann das Rohr sehen. Ich wiederhole. Ich kann das Rohr sehen. Oh, Loot. Nein, jetzt nicht. Sie sind hinter uns. Das wissen wir. Reinlaufen oder ranspringen. Springen könnte unser Tod sein. Wie bitte? Die anderen Extraction Zonen sind jetzt weg oder was? Weil ich das Ding aktiviert habe. Das ist doch ein blöder Witz, oder? Ein ganz bescheidener Witz ist das. Na. Schande. Oh Gott. Da ist der. Das ist ein Jägerkiller. Einer von der üblen Sorte. Es ist schlimmer als jemals zuvor. Ich komme nicht mehr nach Hause, ne? Ich muss jetzt wieder da rüber. Und es mit allen aufnehmen. Oder ich muss nur warten, bis das ausgelaufen ist. Das kann doch nicht sein. Ich wurde nicht gewarnt. Er läuft weg, ne? Ja. Mieser Macker. Ziel 1. Was ist das? Es ist ein Jägerkiller, ne? Oh, Gamek. Ja, das ist schon... Schon ein übler Hund ist das. Geht das hier wirklich nicht mehr? Haben wir jetzt... Echte, tierische... Oh, 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 oh. Tierische Probleme. Er dreht sich. Schneller als der Schall. Oh nein. Oh nein. Das ist doch nicht euer Ernst. Irgendwas hat sich ja verändert, ne? Konntet ihr jemals hier rüber? Können wir immer noch nicht. Ich muss zurück. Muss ich die ganze Zeit da bleiben oder so? Ich habe so gar keinen Bock da zurück zu laufen. Meine Vector. Ich habe ja die Vector geliebt. In Division 2. Wirklich vom ganzen Herzen. Wir kommen hier nicht anders weg, ne? Schande, Mann. Schande. Übel, übel, übel. Wir müssen... echt darüber... Flucht nochmal. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist das Hotfix 4.0. Möchten uns vielleicht die Entwickler wieder in unsere Schranken weisen? Ist gut möglich. So, Extraction. Ist wieder alles sauber. Sieht gut aus. Die da hinten sind beschäftigt. Nur noch gehen. Aber es gibt doch extra Punkte, oder? Nie mehr ohne Cam. Nie wieder. Aber wir kommen wieder. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Minenfeld. Natürlich Minenfeld. Was sollte es auch anders sein? Einen Finger auf vier. Naja, wobei macht man ein bisschen Remi-Demi. Das ist sauber. Boom. Nice. Hallo, hallo, hallo. Kommen sie? Ja, sie kommen weg uns, ne? Ah! Sie kommen weg uns. Oder? Schande, Mann. Äh, nein. Nein, nein, nein. Oder? 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 Vier, 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 vier. Vier habe ich gedrückt. Oh, 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 oh. Ah! Komm schon, komm schon! Alle. Alle. Ich muss abhauen, ne? Ich kann hier nicht knüppeln. Geht nicht. Tut mir leid. Uh! Schade. Aber killen ist XP. Naja, so ein paar zumindest. Ich glaube, das wird irgendwie weniger berechnet. Wenn man direkt an der Extraction Zone die Gegner killt. Das waren schon einige Kills. Aber okay. Aber zumindest Loot konnten wir ordentlich rausholen. Akzeptabel viel Loot. Den wir auch gleich an den Mann bringen wollen. Ist eigentlich jetzt egal mittlerweile, an wem wir das Zeug verkaufen, oder? Naja, noch so ein bisschen an Grillo. Machen wir das. Gute Idee. Großen Kram. Hier, Drohnenteile. 3000 Organe. Super billig eigentlich, ne? Vielleicht werden die ja mittlerweile mit einem 3D-Drucker hergestellt. Gut möglich. Telemetrie. Auch super billig. Aber Kleinvieh und so weiter und so fort. Er kann weg. Werkzeug. Schwer. Und für nichts zu gebrauchen. Hier, das ist super. Davon muss ich mehr mitnehmen. Ich habe für einen Monat Wasser. Ich werde jetzt erstmal zwei Wochen lang Fokus auf Kohle machen. Und dann geht's weiter. Und die Cam. Ich werde sie hüten wie sein Augapfel. Der früher da war. Wo jetzt ein Kabel ist. Und wie gesagt, ich habe uns die Vector gekauft. Und die automatische Schrotflinte. Aber die müssten wir leveln. Damit wir das Trommelmagazin bekommen. Aber ich liebe schallgedämpfte Waffen hier in diesem Spiel. Gerade wenn man solo unterwegs ist. Machen wir. Wir leveln. Wir leveln die Schrotflinte. Nachdem wir das Visier haben für die SVD. Soll irgendwann bei Level 10 oder so kommen. Vieles nicht mehr. Wir machen ja gut Progress. Und ich weiß, ich weiß. Ich wollte jetzt eigentlich mit euch nochmal nach Scorched. Aber gehen wir woanders hin. Hier gibt es auch Exos. Und Leichenpanzer. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht tauschen wir auch einfach. Eine Quest aus. Das brauchen wir gerade nicht. Müssen wir da eine Strafe bezahlen? Nein. Irgendwas Standardmäßiges nehmen wir mit. Hier Picture. Das können wir machen. Zwei Tage Wasser. Das lohnt sich ja richtig. Oder gibt es irgendeinen Killauftrag vielleicht. Hier 25.000 Credits. Das ist mir lieber. Ja. Zwei Sprengstoff. Sollten wir finden. Einen würden wir ablegen. Falls wir den Exopiloten. Ja genau. Wenn wir den finden. Schmeißen wir einen Sprengstoff weg. Falls wir bis zu diesem Zeitpunkt zwei Sprengstoff haben. Alles klar. Kennen wir schon. Haben wir alles schon gelesen. Nun ausrüsten bitte. Grundbewaffnung bleibt. Aber ich glaube ich muss ein bisschen Muni kaufen. Oder? Nein. Ist okay. Nimm mal hier eine Reihe. 45er ACP mit. Und dann hier. 60 Schuss für die SVD. 80. Und dann den Kram. Zwei davon. Zwei davon. Und die Cam man. Auf jeden Fall die Cam. Und dann ziehen wir hier auch schon los. Rucksack ist getunt. Und wir können. Let's do this. Und es wird auch schon gleich wieder geballert. Oh. Den Kram könnte ich gut gebrauchen. Wollt ihr es nicht durchziehen bis zum letzten Mann? Das sind nur noch zwei kleine Fußsoldaten. Na ja. Wir können ja kurz gucken gehen. Und danach würden wir da hoch gehen. Wegen der Sprengstoffe. Kommt dann Robo. Oft kommt da einer von da hinten. Ah. Zwei. 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 Zwei üble Konsorten. Oh. 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 Schande. So. Rennmedikett ist ausgewählt. Ich hoffe die treffen sich. Die haben sich bestimmt eine Menge zu erzählen. Na. Nimm mit. Nimm mit. Schnell. Kommt da wer? Noch nicht. Aber wenn du jetzt nicht lag machst. Hast du nicht viel Zeit. Nein. Nein. I. I. Ich nehme alles mit. Ist okay. Wir haben nicht viel Zeit. Wir können später aussortieren. Ah. Ah. Wenn wir Glück haben. Finden wir auch. Ein. Hm. Die Schiene die wir brauchen. Um auf die SVD. Ein Visier zu packen. Bei Soldaten. Ah. What the heck. Es galt nicht mir. Es galt nicht mir. Es galt nicht mir. Noch nicht. Renn hoch. Die zwei klein. Sag mal. Seid ihr verrückt? Das ist ein Panzer, Mann. Das ist ein gottverlassener Panzer. Wie die uns ignorieren. Ah. Ist das ein Korbstank? Da sind Leichen drauf. Ja. Den müssen wir plündern. Den müssen wir plündern. Der muss zerstört werden. Oder vielleicht hier auch was. Wir müssen mal gucken gehen. Oh ja. Oh ja. Zerlegt den Panzer, Leute. Wir glauben an euch. Eure Seite ist die richtige. Woher ihr auch kommen mag. Nein. Hier noch schnell. Nimm mit. Wir vertreiben uns die Zeit. Mit Leichenplünderung. Mh. Ja. Ein Gasrohr. Mit Galaxy Gas. Äh. Nope. Ist der Panzer hinüber? Nein. Der hat alle zerlegt. Mit nekromantischer Überpower. Durch die Leichen. Ist doch ein bisschen wie Diablo hier. Oh Mann. Nein. Nein. Egal. Ich hol mir erstmal den Sprengstoff. Da kommt sowieso gleich eine. Schande. Gott verdammt. Du musst drauf gehen. Wir brauchen eine Panzerfaust oder so. Ich glaube mit dem Granatwerfer hätten wir zumindest eine geringe Chance. Er ist ja gut angeschossen. Wow. Oh. Oh wow wow. Hallo hallo hallo. Na ihr. Ihr Schlawiner ihr. Kommt da einer. Manchmal kommt da einer. Aber der steht jetzt ja erstmal nur rum. Oh 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 oh. Wow wow wow. Hallo hallo hallo. Na ihr. Einfach vorbeigehen. Ich würde euch alle eliminieren. Aber ich habe was besseres zu tun. Kommt er wieder zurück? Weiß ich nicht. Ich hoffe ich bin da nicht mehr da. Oh und hä. Oh. Das war knapp. Sehr mutig. Schrägstrich doof. Neh mich. Neh mich. Neh mich. Neh mich. Hätte ich mal das mit dem Bild genommen. Hätten wir das mal gemacht. Gucken. Sieht noch gut aus. Wall hack. Aber wir haben dafür bezahlt. Gut das machst du für die guten Wall hacks ja auch. Ne. Kein Wasser. Kein Wasser. Gott verdammt. Ich brauche kein Wasser. Alles andere als. Hmhm. Dankeschön. Gucken. Wall hack. Ist gut möglich dass sie gleich wieder kommen. Das ist ja ihre Bude. Oh 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 oh. Wow 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 wow. Sie kommen ne. Ich mache die ganze Reihe platt. Ich brauche die Kills noch. Aber von wo? Von wo? Von hier ne. Von hier. Hai hai hai. Oh man. Objektgrenzen. Ich liebe sie. Na. Demon. Na. Gucken. Noch ist alles cool. Verflucht nochmal. Ja. Was? Beute. Riglicht. Das gibt es hier auch. Einfach so zum holen. Mit sieben kann ich das ändern ne. Lock. War das nicht ein Exopilot? Ich habe ihn aus Versehen umgebracht. Zack. Ratte du. Meine Muni ist alle. 45er SCP. Gibt es hier nicht einfach so ne. Gucken. Wie sieht das mit dem Licht aus? Ganz großartig. Aber brauchen wir hier nicht. Also wieder Wallhack. Gucken. 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 Ulla. Ist schon ein tolles Spiel oder? Wie gut das aussieht. Na. Na. Ein bisschen noch. Du hast es fast geschafft. 45er SCP. Keine Kippen. Schande Mann. Gott verdammt. Ist alles cool. Rucksack. Nuggets. Aber es ist noch keine Zeit für Nuggets. Ist die falsche Muni. Wir müssen uns jetzt auf die SVD verlassen können. Aber in der Regel konnten wir das. Dass unser Panzer explodiert. Wir müssen da runter. Wir brauchen das Control Panel. Oh wow 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 wow. Na ja. Kleine Schlingel. Wie geht's euch? Nein. Vier. Vier. Noch nicht. Noch nicht. Ratte du. Ihr seid keine Menschen mehr. Ich knüppel dich. Ah. Vier. Vier. Weg. Weg. Umdrehen. Umdrehen. Schande Mann. Schande. Das ist kein Halo. 26 Schuss. Na. Keine Panik Leo. Keine Panik. Das ist nur ein Spiel. Verflucht doch mal. Ja. Ich hab Muni gekriegt. Woher auch immer. Was nehme ich jetzt? Nuggets. Zum runterkommen. Nervennahrung. Meine Cam ist noch aktiv. Es kommen noch mehr. Ja. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Komm sie. Ja. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Nimm. Gottverdammt. Nimm alles mit. Sie kommen. Ich muss abhauen. Ja. Weg hier. Der Panzer. Der Panzer. Ich hab keinen Sprengstoff. Ist aber auch nicht so wild. Verflucht. Wenn ich jetzt nicht wegkomme. Dann weiß ich auch nicht. Dann Friede meiner Asche. Ich hab keinen Sprengstoff gefunden. Oh warte mal. Das hab ich gefunden. Achso die Lampe. Ja stimmt. Na ja. Die brauchten wir auch. Aber jetzt brauch ich noch das dicke Teil vom Panzer. Ah. Hinter uns. Nuggets. Nuggets. Und das Rennmedicad. Übel. So. Welcher brennende Haufen war das jetzt? Ich häng fest. Aber ich kenne mich damit aus. Ich spiele viel Fallout 76. Oh Backe. Der Panzer lebt noch ne? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja geht weg. Das ist einer von diesen brennenden Haufen. Der ne? War so klar. Ihr könnt uns gar nicht sehen. Ihr seht nur irgendwas. Wie sehr kann man verbrennen hier in dem Spiel? Nuggets. Sie kommen ne? Rennmedicad. Rennmedicad. Komm mal hier ran jetzt. Looten. Nicht ins Feuer. Hm. Das ist ein Korbstank, oder? Schande. Wo kann man die looten? Kann man nicht jeden looten vielleicht? Ah! Ich hör die ganze Zeit Geräusche hier. Das ist aber auch die Paranoia. Ist vielleicht nicht der richtige. Da liegt noch was auf dem Boden. Ist es das Gerät hier vielleicht? Mann, 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 Mann. Was bist du? Fahrzeugtrümmer. Nuggets. Nein. Gottverdammt. Nein. Wie kämpft man? Sollte man immer dabei haben. Das ist nur ein Brandfleck. Warte mal da. Oh Mann. Wo ist da der Panzer? Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich hab ne Lampe im Rucksack. Ich würd die gern behalten. Der schießt uns doch tot. Das war der Panzer, ne? Oh Mann. Ich lauf ihn genau vor die Lattichte. Oh Mann. Oh, Backe. Oh, Backe. Oh, ja, die Dicken. Wir haben schon richtig viel Nuggets gegessen. Ich will nicht. Ist ne schlechte Konstellation. Konstellation. Hm. Aber solch die viel guten Kram haben wir auch nicht eingesammelt. Aber es wäre halt schade um unseren Kram. Ja, zieht weiter. Zieht Leine. Hm. Der steht immer noch da. Wenn ich da vor dem Bröckeln vielleicht rübergelaufen komme. Oh, oh. Die beschießen den Tank. Er ist abgelenkt. Renne. Er guckt wieder zurück. Kann ich nicht, ne. Kann ich nicht mitnehmen. Das war der brennende Tank. Oder also der Korbstank. Vielleicht bin ich zu spät. Das Teil ist abgefackelt. Hier ist auch nicht zum Looten. Das würde da stehen. Das wäre Selbstmord. Zocker, süßer Selbstmord. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wir kommen wieder. Schande. Ein Finger auf vier. Aber das wären nur zwei normale. Aber das sind auch die Dicken. Mr. und Mrs. Nuggles. No way. Man muss auch wissen, wann es genug ist. Wir gehen wieder zum Friedhof. Oh, Schande. Treffen die jetzt aufeinander? Seid ihr gegeneinander oder füreinander? Der Panzer fährt jetzt weg. Aber ich habe den anderen Panzer ja schon beäugt gehabt. Ach, die sind von einem Team. Kann es sein? Oder zerlöten die die jetzt? Ja, tatsächlich. Die knabbern die einfach weg. Vorsichtig. Nicht abfackeln, bitte. Fackelmann und Söhne. Zwei Sprengstoffe. Die machen wir jetzt gleich. Als allererstes. Ich kann die Kohle gut gebrauchen. Rennen. Rennen, Rennen, Rennen. Oh, wir können beim Sprinten die Kärme anschmeißen. Es wird immer besser. Und Springen geht auch. Gucken. Na, ihr Schlawiner. Oh, da kommen Dicke. Da kommen Dicke. Und alle kämpfen legal. Ich muss das Chaos ausnutzen. Ein Finger auf vier. Ein Finger auf vier. Uh. Aber ich hätte den Loot auch gut gebrauchen können. Der jetzt da entsteht. Aber die Dicken werden immer siegen. Weil sie gieriger sind. Das ist das Problem. Da können wir nicht mitreden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So kann ich aus der Kärme auch rausrennen. Ja, das geht. Geht alles. So, meine Freunde. Lock. Haben sie nicht mitbekommen, oder? Nein, im Leben. Glaube ich nicht. Hallo, hallo, hallo. Wir gehen rechts lang. Farm. Nimm alles mit. Wir haben keine Zeit für Kinkerlitzchen. Und einen Finger auf vier. Und nicht runterfallen. Hi. Bis dann, ihr Lieben. Wir sehen uns in der Hölle. Flup. Die. Wupp. Und ab. Nach Hause. Zumindest hier auch Loot-Technisch. Kein Misserfolg, würde ich mal sagen, ne? Ins Dash bewegen. Direkt verticken. Und dann die Aufgabe. Verkaufen. 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 Haben wir noch irgendwelche Waffen? Unnötig viel. Nein, ne? Gut. Nuggets. Ja, aber jetzt sind die kalt. Jetzt würde ich die auch nicht mehr haben. Kalt und pappig. Da hilft selbst die beste Soße nichts. Mh, 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 mh. Dankeschön. Garrümpel. Wahnsinn. Was da wieder zusammengekommen ist. Aber so richtig Kohle. Masse. Durch die Aufträge, ne? Telemetrie. Das geht zumindest noch. Und hier noch. Und da noch. Lirum, Larum, Löffelstiel. Cyberkomponenten. 3000. Also ein bisschen, ne? Bilder. Neuro-Uplink. 6000. Wir müssen halt gucken, ne? Und ansonsten haben wir jetzt auch das Licht. Bringt 430. Äh, äh. Aber nie wieder ohne Cam. No way. Ich brauche 45er. Den ganzen Batzen. Keule. Und dann machen wir eine richtig dicke Tour. Unsere schnelle Tour. Den pneumatischen Sprung möchte ich auch mal ausprobieren. Aber nicht jetzt. Wir bleiben im Zeichen des Schamanen. Wir sollten auch mal leveln. Wir sind mit einer SMG unterwegs. Und wir wissen sie einzusetzen. Boom, Shaka-Laka. Nice. Excellent. 1, 2. 1, 2. Demonee. Zeig mal bitte. Eine reihe Muni. Und dann noch SVD. 54 R. Ja. Haben wir die noch? Ist alle gegangen, ne? War ja so klar. Du hattest die, ne? Ja. Nehme ich, nehm ich, nehm ich. Danke sehr. Und auch noch reinpacken. Das wäre ja großartig. Gut. Stopp, vorsichtig. Region. Meckgräben war das, ne? Genau. Fahrstuhl. La Elevator. Richtig. Oder Lift. Wie man in England zu sagen pflegt. Ein Fahrstuhl mitten ins Verderben. Die haben die Tür gehört, ne? Frechheit. Und ich habe vergessen, die Cam einzupacken. Oh mein Gott. Okay. Dann nur Lutsch. Schande. Ich fühle mich so nackt hier als ohne die Cam. Die ist schon super. Na? Hier irgendwer. Ein Wallhack ist einfach mal unbezahlbar. Schande, Schande, Schande. Alles mitnehmen. Den ganzen Batzen. Oh, Schande. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Äh. Äh. Jetzt nicht übermütig werden. Schande. Nein. Schande. Vier. Vier noch nicht, noch nicht. Sie können ja nicht durchschießen, oder? Was? Vier. Verflucht doch mal. Vier. Er hat ne Flinte. Und Likes erwähnen. Ah. Das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Ich mein崗́ Das mache ich immer so ungern. ž Das mache ich immer so ungern. Aber es gehtse. Und zwar von euch. Untertitelung des ZDF, 2020